Landauf Landab Sommergeschichten aus der Schweiz Nicole Bircher nimmt sie mit auf Entdeckungsreise Die haben nichts gegen die Deutschschweizer Faszinierende Regionen unvergessliche Erlebnisse inspirierende Begegnungen Ab 29. Juni am 5.08 Uhr auf Sat1 Schweiz Landauf Landab mit Denner für den Einkauf in deiner Nähe und Kaltbach Charakterkäse verredelt von Höhle und Meister